Hallo, heute mache ich Pudenbrustbraten. Da habe ich anderthalb Kilo Pudenbrust, Olivenöl, Honig, das ist ein Chili-Pulver, da mache ich aber nur ein bisschen rein. Dann brauche ich Paprika, Gelb-Rot-Grün, eine rote Zwiebel, sieben Stängel Thymian, Salz, Pfeffer, Paprika Edelsüß und noch Zwiebeln. Das wird so eine Art Schicht braten und jetzt pariere ich erstmal das Fleisch und im Anschluss tue ich es erstmal einlegen für eine gewisse Zeit. Die Marinade ist soweit fertig, das ist dieses Stück. Da ist drin sechs Esslöffel Olivenöl, zwei kleine Glucklauchzehen, ein Esslöffel Paprika Edelsüß, eine Messerspitze Chili-Pulver, das sind von uns so kleine rote getrocknete Chili, die sind sehr scharf, ein Esslöffel Honig, zwei Esslöffel süßen Cherry und Salz und Pfeffer. Ich mariniere das gleich jetzt mit meiner Marinade und dann stelle ich es im Kühlschrank für zwei Stunden. Kann man über Nacht machen, muss man nicht. Ich habe noch vergessen zu sagen, eine rote Zwiebel ist noch drin. So, jetzt kommt der Deckel drauf und dann geht es ab in den Kühlschrank. Okay, das Fleisch war jetzt drei Stunden eingelegt. Ich nehme es jetzt raus, streiche die Soße ein bisschen ab und tue es mir zur Seite. Es geht los. Ich nehme jetzt ein Stück Fleisch, dann mache ich das hier rein, dann nehme ich ein Stück Paprika, ein Stück Zwiebel und dann kommt das nächste Stück Fleisch. Ein Stück Fleisch, jetzt nehme ich die gelbe Paprika, ein bisschen Zwiebel und wieder ein Stück Fleisch. Die rote Paprika und ein Stück Zwiebel. Und so mache ich das, bis die Form gefüllt ist. Der Backofen hat die Temperatur erreicht. Ich habe jetzt das Fleisch in den Ofen gestillt für 70 bis 75 Minuten und dann mache ich einen Thermometer rein und sehe mal, wie es aussieht. So, ich hatte ja noch Paprika übrig und Zwiebel. Die verwerte ich jetzt noch. Ich werde so ein Paprikasößchen machen. Ich verwende 200 Milliliter Gemüsebrühe, 50 Gramm Tomatenmark, 50 Gramm Eiver und ich hatte zum Einlegen von dem süßen Cherry, den mache ich dann auch noch rein. Und ich habe hier noch, wo das Fleisch eingelegt war, das kommt dann auch noch in die Soße rein. Gut, wenn die Pfanne jetzt heiß ist, mache ich zuerst die Zwiebeln glasig und dann kommen die Paprika dazu und dann geht es weiter. Und Salz und Pfeffer. Vielleicht noch ein bisschen scherbe, aber das muss ich auch schon. Zum Anfaden habe ich Olivenöl reingegeben. Das habe ich ja auch schon mit dem Fleisch mit eingelegt, damit sich das auch geschmacklich wiederholt. So, die Zwiebeln sind jetzt soweit gut. Mache ich die Rest Paprika rein. Es wird jetzt so lange dünnstet, bis es in sich zusammenfällt und dann ist es weiter. Okay, ich mache jetzt das Tomatenmark rein und röse es mit an. So, jetzt mache ich den 4cl-sösen-Cherry drüber. So, jetzt mache ich den 4cl-sösen-Cherry drüber. So, jetzt mache ich den 4cl-sösen-Cherry drüber, das sind 200cl-sösen-Cherry drüber. Und jetzt mache ich den 4cl-sösen-Cherry drüber, das sind 200cl-sösen-Cherry drüber. Und dann machen wir noch ein bisschen Eiwein, das waren auch 50cl-sösen-Cherry drüber. Jetzt lasse ich es im Moment einköcheln und dann werde ich kosten und es würzen. Es kommt noch was dazu und zwar die Soße, wo das Fleisch eingelegt war, dann nehme ich die Reste noch mit rein. Und das wäre zu schade, das zu vergeben. So, gut. So, ich habe es gekostet und es schmeckt schon sehr gut. Ich mache jetzt nochmal von dem Chili so eine Messerspitze rein, für die Schärfe. Und dann eventuell noch ein bisschen Honig, das hatte ich ja auch zum Einlegen reingegeben. Okay, der Braten ist jetzt fertig. Ich werde das jetzt anrichten und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, das ist der Schichtbraten mit Paprika, Reis und den Rest Paprika habe ich als Gemüse verarbeitet. Und jetzt kosten wir einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.